Utpidasana ist die Stellung des Drückens. Utpida heißt Drücken der Druck. Es ist aber vor allen Dingen eine Stellung zur Stärkung der Oberschenkel- und Gesäßmuskulatur. Ausgangsposition ist die stehende Position. Von hier ausgehend, gib die Fersen auseinander und geh auf die Zehenspitzen. Jetzt beuge die Knie so weit, dass die Hüften in der Höhe der Knie sind und gib dann die Hände auf die Knie. Die Hände auf die Knie ist noch anstrengender als die Ellbogen. Das stärkt Waden, Oberschenkel und Gesäß. Das stärkt Waden, Oberschenkel und Gesäß.